In diesem Video zeige ich dir, wie du einfach und schnell herausfindest, welcher Benutzer welche Transaktion verwendet, was sind die beliebtesten Transaktionen und welche Transaktionen wurden in welchem Zeitraum am häufigsten aufgerufen. Die zentrale Transaktion für die Übersicht über verwendete Transaktionen im SAP System lautet ST03N. Wir starten diese Transaktion und mit dieser Transaktion ST03 ruft man die Statistik für die Systemlast und Performance des SAP Systems auf. Mit dieser Transaktion kann man die Performance und Schnelligkeit des SAP Systems überprüfen. Diese eignen sich auch vor allem sehr gut für die Auswertung der verwendeten Transaktionen pro SAP Benutzer. Zuerst stellen wir sicher, dass wir im Anwender-Modus Experte sind. Das sehen wir hier oben und könnte diesen auch als Serviceingenieur ausgewählt haben. Nachdem wir bereits im Expertenmodus sind, müssen wir uns als nächstes den gewünschten Zeitraum der Analyse auswählen. Dazu selektiere ich nun hier in der Systemlast den entsprechenden Punkt und erhalte dort sozusagen eine Auswertung pro Tag, pro Woche und pro Monat. In unserem Fall möchte ich das auf einen Tag einschränken. Ich klicke hier auf einen bestimmten Tag und wir erhalten nun für diesen Tag eine Auswertung der verwendeten Transaktionen pro SAP Benutzer. Dazu navigieren wir hier etwas weiter unten in den Bereich Anwender und Abrechnungsstatistiken und kann das Anwenderprofil laden. Hier sehen wir nun in unserem Menü die einzelnen Anwender und auch die Anzahl der Schritte. Klicke ich nun auf einen bestimmten Anwender, zum Beispiel diesen hier, öffnet sich ein weiteres Fenster und zeigt sozusagen die verwendeten Instanzen nach der Häufigkeit. Wie hier zu sehen, sehe ich die einzelnen Instanzen und wie oft diese aufgerufen worden sind. Wenn wir uns nun die beliebtesten Transaktionen im SAP System ansehen möchten, dann müssen wir einen Schritt zurück und selektieren das Transaktionsprofil. Hier gibt es den Standard und ich klicke auf diesen hier. Nun sehen wir hier alle Transaktionen und können diese entsprechend in der Spalte Schritte, Absteigen, Sortieren und erhalten nun die am häufigsten verwendeten Transaktionen im SAP System. So kann man einfach und schnell die beliebtesten Transaktionen im SAP System ermitteln. Klicke man nun doppelt auf eine bestimmte Transaktion, dann sieht man, welche Anwender diese Transaktion gerne aufruft. Wie du siehst, kannst du über diese Möglichkeiten zu deinen am beliebtesten Transaktionen, Statistiken näher kommen und falls du Fragen dazu hast, lass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bitte nicht vergessen, diesen Kanal kostenlos abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank.